Grüezi miteinander. Wissen Sie schon, was Sie am 1. Oktober am Nachmittag machen? Das ist ein Samstag Nachmittag, wo Wetzik Kontakt eine Führung anbietet zum Thema Energie. Energie, Strom beispielsweise, wird da in der Schönau von den Wetziker Stadtwerken produziert. Wir auf einem kurzweiligen zweistündigen Spaziergang das Thema in allen Facetten beleuchten und schauen, wo und wie wir Energie verbrauchen, aber auch, wo wir Energie produzieren. Ein kleines Beispiel. Das Kraftwerk hier in der Schönau produziert pro Jahr 250'000 Kilowattstunden Strom. Das kann man sich wahrscheinlich nicht so viel vorstellen, aber wenn Sie da zwei Minuten hinschauen, die Kraft vom Wasser in dieser Zeit in Strom umgewandelt, reicht genau, um ein Mittagessen für vier Personen zu kochen. Jetzt können Sie also mal zwei Minuten da hinschauen und zuschauen, was für eine Energie da konkret durchflusst. An solchen Beispielen zeigen wir auf dem Spaziergang am 1. Oktober eben ein bisschen zeigen, wo und was da durch unsere Stromnetze, durch unsere Ölheizungen alles durchgeht. Das vielfältige Thema bekommen wir aber nicht nur sozusagen erklärt bekommen, sondern es geht auch darum, dass Sie Ihre Ideen, Ihre Anregungen einbringen für eine nachhaltige Stadtentwicklung.energie. Also, kommen Sie mit am 1. Oktober, am Samstag Nachmittag von 2 bis 4 Uhr.